moin liebe freunde am 22 vierten da geht es ab in langfeld das erste german free battle auto zusammenbauerei der bert wollersheim und ich wir werden die sache sozusagen modulieren moderieren und wohl auch so ein bisschen jürgen ja wir freuen uns auf jeden fall das ganze kommt über youtube instagram live keine ahnung alles mögliche haben die jungs am start und wir sollen da ordentlich ein bisschen rocken der bärt und ich ja und dann machen wir auch mal mit und wie mir schwindelig wird der streicht jetzt einfach mal aus in ihr hauen freunde habt spaß und abgefahren